So und hallo und herzlich willkommen hier ist wieder Kobra von Games4GamersTV und auch heute gibt es die Gewinnspielauflösung und zwar zu Crysis 3 dem Beta Key und ja ihr habt jetzt schon in einem letzten Video von mir gesehen also im Tutorial Video wie ich diese ganzen Auflösung mache ich will auch gar nicht lange groß losquatschen jetzt ich möchte jetzt einfach mal zur Auslosung kommen also insgesamt haben ich glaube im Moment 3 4 5 6 7 ja 17 Leute haben mitgemacht also 17 Posts haben wir auf der Pinnwand und das heißt jetzt kann natürlich können natürlich nur 5 Leute insgesamt gewinnen wir haben 5 Codes das heißt eine Zahl zwischen 1 und 17 trage ich hier ein und dann wollen wir jetzt gleich mal gucken wer gewonnen hat so und der erste Gewinner ist Post Nummer 17 das schreiben wir natürlich gleich mal auf damit ich das nicht vergesse Post Nummer 17 so zweiter Gewinner ist Post Nummer 7 dritter Code geht an Post Nummer 4 und jetzt wird es langsam spannend 2 Codes haben wir noch und der nächste geht an 16 so einen haben wir noch jetzt wird es ganz interessant ganz spannend werden wer kriegt den letzten Code und ich sage im Vorfeld an alle die nicht gewinnen seid nicht traurig wir machen regelmäßig Gewinnsspiele und demnächst gibt es natürlich auch wieder eins also macht einfach weiter fleißig mit und dann gehört auch bald ihr zu den glücklichen Gewinnern so aber jetzt zum Gewinner zum letzten der hier den Code absahnt und das ist Nummer 6 so dann würde ich jetzt mal sagen herzlichen Glückwunsch an erstmal alle die so die werde ich natürlich gleich vorlesen Moment so also einmal den letzten Post das ist der der Gameplay Zocker das muss ich mir mal eben notieren so sehr schön so dann kommt jetzt der Post Nummer 7 das ist 1 2 3 4 5 6 7 der App Check 28 Wunderbar auch Glückwunsch an dich jetzt kommt der nächste war der 4er das ist der SL3D6E 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 auch Glückwunsch an dich du hast auch gewonnen jetzt Post Nummer 16 das ist die App L-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E der game checker 28 auch glückwunsch an dich ich werde die codes im laufe des tages werde ich die codes an euch versenden per also als persönliche nachricht hier bei youtube und ja also wie gesagt das kann sich bis zum abend hin ziehen aber ihr werdet zu spätestens heute abend haben definitiv ja da würde ich sagen das war es wieder gamesforgamers tv hat wieder ein paar beta keys rausgehauen ja ich würde sagen schaltet weiter ein beim nächsten gewinnspiel sind auf jeden fall auch der andere dabei die gewinnen bin ich ganz sicher und ja ich würde mich freuen lasst ein paar feedbacks da alles klar bis dann dann tschüssi